David Siegel ist bei uns. David, bei der Qualifikation von Willingen musste irgendwas missverstanden haben. Teilzeitarbeit mit vollem Lohnausgleich. Das ist noch nicht ausgehandelt worden. Das war mehr Arbeitsverweigerung, ja. Nee, darf natürlich nicht passieren. Das ist blöd gelaufen. Jetzt haben wir heute Vormittag noch mal alles durchgebessert, noch mal alles kontrolliert, angepasst und ja, dann soll es morgen definitiv anders laufen. David, das ist ja manchmal nicht so ganz einfach. Wir haben auch ein Interview mit Janne Damian gemacht und der ist ja am Kulm rausgenommen worden und der sagt, ich habe genau den gleichen Anzug, ich habe nichts verändert, ich wiege genau das Gleiche und auf einmal werde ich disqualifiziert. Das ist manchmal verrückt, oder? Ja, so ist halt manchmal. Ändern kann man es jetzt im Nachhinein sowieso nicht mehr. Deswegen draußen lernen und das nächste Mal anders machen. Und, hast du ein paar kritische Worte gehört oder am Ende bist du ja verantwortlich, ne? Natürlich, am Ende ist der Athlet für sein Material selber verantwortlich. Das nehme ich auch so in Kauf. Da hat jetzt kein anderer eine Schuld, sondern da bin ganz allein ich dran schuld. Die Trainer unterstützen einen, so gut es geht. Aber letztendlich steht der Material, der Athlet oben mit seinem Material. Wie viel war es denn? Halber Meter? Ne, so weit kriege ich jetzt den also gar nicht. Nein, das war jetzt ein Zentimeter. Also es war knapp, aber finde ich auch richtig, dass man dann einen Athlet deswegen raushaut, weil es soll ja fair zugehen und alle Sportler sollen die gleiche Chancen haben. Nun hast du ja keine so ganz einfachen Zeiten hinter dir. Die letzte Saison war eigentlich komplett für die Katze, ne? Durch die Verletzung. Und wie sieht es denn da jetzt aus? Bist du völlig beschwerdefrei? Ich bin völlig beschwerdefrei. Im Athletiktraining merke ich einen leichten Unterschied, aber auf der Schanze ist alles komplett gleich. Kann uneingeschränkt meine Sachen machen. Freue mich da jetzt auch momentan wirklich sehr drüber, dass es auch schon wieder so gut geht, dass es immer konstanter wird und dass ich von Sprung zu Sprung mich steigern kann. Wie sieht das familiär aus? Wir haben auch mit Richard Feiter ein Interview geführt und da ist die Familie der große Rückhalt. Dein Bruder springt ja nun auch. Wie ist das mit dem Austausch? Oder macht jeder seins? Ne, der ist natürlich da. Der wohnt jetzt auch seit dem Sommer mit mir zusammen in diese Neustadt. Ja, natürlich. Da redet man nach jedem Wettkampf irgendwie drüber, was ist passiert, was hat man Neues gelernt. Da geht es genauso auch von ihm, die Information zu mir. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ihm da irgendwas beibringe oder ich ihn nur anleite, sondern genauso geht das Ganze auch andersrum und er bringt mich ein Stück weit weiter. Die Zuschauer kennen dich natürlich noch nicht so. Nun hast du, sagen wir mal, Freitag und Wellinger und Eisenbichler, vielleicht auch Laie vor der Nase. Das heißt also, da gehört ganz schön viel dazu, da erst mal ranzukommen und die vielleicht zu überholen. Ja, ich bin jung. Ich habe jetzt noch einige Jahre vor mir. Ich denke, ich bin auf dem besten Weg. Ich höre es zumindest immer wieder aus verschiedenen Mündern. Glaub nicht allen. Glaub nicht allen. Verschiedene Geister. Aber das glaube ich sehr, sehr gern. Ne, und ich sehe es einfach eine große Chance, da im Windschatten mich anzunähern, von denen zu lernen und dann irgendwann in denen ihrer Position zu sein. Es kommen ja auch Jüngere nach. Und irgendwann möchte ich der sein, wo man sagt, okay, es gibt auch ein Siegel und wer auch immer an meiner Position hier steht, wo man sagt, ja, wie gehst du damit um? Ja. Was fehlt im Moment so in deinem Leben, in deinem Sportlerleben? Läuft das schulische parallel? Wie sieht das aus bei dir? Ja, das läuft auf jeden Fall parallel. Ist jetzt gerade nicht ganz einfach im Winter, da sehr oft in die Schule zu kommen. Gehst du bei Richard Freitag in die Schule? Das war ein Einser. Der hat sein Abi mit Eins gemacht. Nein, ich gehe da sicher nicht hin. Ich fühle mich im Schwarzwald sehr, sehr wohl. Da möchte ich auch bleiben. Nein, also es sieht momentan so aus, dass ganz klar das Training und die Wettkämpfe im Vordergrund stehen, dass ich von der Schule die größtmögliche Unterstützung habe, dass mich da die Mitschüler und Lehrer so gut es geht, einfach immer auf dem Laufenden. Das ist der Fall? Das ist definitiv der Fall. Dann habe ich auch während der Fahrt oder während der Wettkämpfe die Möglichkeit, da selber was zu machen. Machst du es auch? Auch im Eigenstudium natürlich. Man muss ja auch dranbleiben. Das ist einfach ganz, ganz wichtig und diszipliniert sein. Und dann funktioniert das aber auch ganz gut. Und mit dem System fahre ich momentan wirklich sehr gut. Jetzt bleibst du ja in den nächsten zehn Jahren erst mal Profi-Skispringer. Gibt es schon irgendwo eine Vorstellung, was da vielleicht mal später im nächsten Leben passiert? Gut, ich bin bei der Bundespolizei, da habe ich eine abgeschlossene Ausbildung. Also es liegt sehr, sehr nahe. Stimmt, du bist ja schon fertig. Ja, ja, ja. Ich hole jetzt erst im Nachhinein die Schule nach. Ich könnte mir auch vorstellen, mal zu studieren. Was? Momentan steht Wirtschaftspsychologie ganz oben. Das ist einfach der psychologische Teil, der dann doch auch mit dem Sport zusammenhängt, was unglaublich viel Spaß macht. Und der wirtschaftliche Teil, was mich einfach interessiert und was ein ganz neuer Themenbereich ist. Olympia findet ohne dich statt, ist klar. Womit wärst du denn, sagen wir mal, noch zufrieden, wenn in Planitza das Ei draufgeschlagen wird auf diese Saison? Ich habe mir drei Ziele dieses Jahr gesetzt. Das erste Ziel war einfach bei der Tournee, alle vier Springen mitzuspringen, mitspringen zu dürfen. Verfehlt. Das zweite Ziel war Olympia, auch verfehlt. Das heißt, es bleibt nur noch das dritte Ziel übrig und das sind einfach die 200 Meter, die ich dieses Jahr noch knacken möchte. Ah ja, also beim Skifliegen in Planitza, die 200 Meter, da werden wir ganz genau drauf schauen. Und dann, wenn die 200 Meter gefallen sind, dann darfst du auch gerne wiederkommen. Okay. David, alles Gute. Hochinteressant hintereinander. Dein Vorgänger war der Weltcup-Führende Richard Freitag und jetzt ist einer dran, der klopft an die Tür und irgendwo öffnen und schließen sich Türen immer. Richtig. Vielen Dank. Gerne. Richtig.